Eins ist Fakt, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr. Und wenn die gesetzliche Rente nicht mehr reicht, musst du selbst was tun. Und heute sprechen wir mal aus meiner Sicht über die drei wichtigsten Faktoren, wie Altersvorsorge aussehen sollte. Springen wir ins Problem. Gesetzliche Rente reicht nicht mehr, hörst du im Moment in den Medien, was heißt denn das eigentlich? Ich mache das mal heute in diesem Video ganz simpel. Schau sonst gerne auch mal rein, das Thema, hey, so sieht es wirklich mit der Durchschnittsrente aus. Aber ich mache es heute mal simpel, du wirst nicht einmal 50% deines heutigen Nettos als gesetzliche Rente netto bekommen. Und das heißt, dir fehlt mal die Hälfte. Und die Hälfte, da gibt es tausend Gründe für, die brauchen wir heute gar nicht anzugehen. Auch da vielleicht mal der Tipp, schau das Video Generationenvertrag, so funktioniert der. Aber wir müssen einfach mal an einer Basis erstmal arbeiten, es ist weniger als die Hälfte. Und das bringt uns zum Sparen. Und wie man spart und was vielleicht der richtige Weg für dich sein kann, Da sprechen wir jetzt drüber. Der erste große Baustein jeder Altersversorger in Deutschland, Klammer auf, Beamte und viele Selbstständige, manche Freiberufler außen vor, Klammer wieder zu, ist die gesetzliche Rente. Das ist der Baustein, die Säule Nummer 1. Nahezu jeder Deutsche ist irgendwie in diesem Konstrukt verhaftet. Das heißt, irgendwann kommt eine Rente raus. Wie gerade schon gesagt, selbst wenn du die Parameter der Einzahlung gut erfüllst, dann sind das eben maximal die 50%. Und jetzt müssen wir darüber reden, was die anderen beiden Bausteine der Vorsorge für dich tun können, damit du diese Lücke schließt. Und 50% bis 100% ist eine Menge. Bei den meisten Menschen wird es auch kaum an Sparmöglichkeiten ausreichend sein, um zu sagen, ich gehe von den 50% wieder auf die 100%. Aber wer früh anfängt, schafft zumindest meine 70%, 75% oder 80%. Und wie du richtig anfängst, das gucken wir uns an. Ich gehe direkt auf den zweiten zentralen Baustein. Die zweite große Säule der Altersversorgung, das ist die Betriebsrente. Und bevor du jetzt sagst, Betriebsrente mit Arbeitgeber, alles so schwierig, rechnet sich nicht, habe ich schon hundertmal gehört. Ja, es gibt sicherlich Szenarien, wo die sich gar nicht rechnet. Wir reden jetzt heute über das Szenario, wo sie sich rechnet. Das heißt, was sind die Grundlagen, was macht spannend? Der Arbeitgeber muss dich per Gesetz durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz in nahezu jedem Fall fördern. Mal zumindest mit 15%. Ist nicht hundertprozentig ins Reine gesprochen, trifft aber auf das absolute Gros der deutschen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer zu. Der Staat fördert fast immer das Thema Sozialversicherungsfreiheit und Steuerfreiheit. Auch hier gilt, es gibt ganz, ganz wenige, die das nicht zu hundertprozentig betrifft. Steuerfreiheit betrifft sogar alle. Also insofern ist es immer eine Förderung, Staat plus Arbeitgeber. Jetzt lohnen sich noch zwei weitere Blicke in die Betriebsrente. Nämlich der eine ist, was für ein Produkt haben wir da eigentlich? Also wenn du einen coolen Arbeitgeber hast, wenn nicht, würde ich immer feste schütteln und mal auf einen guten BAV-Dienstleister hinweisen. Dann hat er ein investmentlastiges Produkt. Und zwar nicht eins, wo ein cooler Berater ein investmentlastig klingendes Produkt verkauft hat, sondern ein investmentlastiges Produkt. Das heißt, ja, Versicherungsmantel, ja, eine gute Beitragsgarantie, aber vor allen Dingen einen transparenten Teil, der zu guten Teilen, ich sage mal 50%, 40%, besser, mehr als 50%, sehr transparent in ein Investment läuft. Und dieses Investment sollte auch nicht ein Zauber-Blackbox sein, sondern zum Beispiel dann wirklich eine ETF-Konstruktion, ein planbares Portfolio, wo du wirklich sagst, hey, das ist es. Und dann kommt der nächste Teil, die Förderung. Heißt, es ist natürlich heute diese gesetzliche Mindestförderung durch das Betriebsrennen stärker zu setzen. Das ist das Minimum. Ein guter Arbeitgeber wird immer mehr tun. Das heißt, du hast nicht nur dieses Minimum, sondern du hast ein Mehr. Und dann kommen noch so Nuancen. Wenn der Arbeitgeber klug ist, hat er zwei, drei maximal Anbieter mit guten Kollektivrabatten. Das heißt, da kommt sowieso schon mal mehr raus als zu Hause. Er hat den richtigen Durchführungsweg gewählt. Aber das geht jetzt zu sehr in die Tiefe. Der entscheidende Teil ist, wenn die Betriebsrente gut gemacht ist, dann wird der Arbeitgeber einen nennenswerten Teil der Betriebsrente mitfinanzieren. Plus Start. Und wenn du sowas wie VL zum Beispiel bekommst, gehören die bitte auch in die Betriebsrente. Weil auch da sparst du sofort Steuern und Sozialabkommen. Auch das macht Sinn. Alles andere verstehe ich nur eingeschränkt. Und damit sind wir mit den beiden Kernsockeln durch. Wenn du mich fragst, für die absolute Mehrheit der deutschen Bevölkerung, der Arbeitnehmer, gehört die Kernversorgung in das Thema gesetzliche Rente plus Betriebsrente. Und dann springen wir in das Thema dritter Baustein. Das ist für mich alles, was mit privatem Sparen zu tun hat. Fremdvermietet Immobilien, Investment Sparen, Investment Policen, also Investment im Lebensversicherungsmantel. Auch da gibt es mittlerweile hochspannende Produkte, vor allem für alle, die auch so ein bisschen Sicherheit haben wollen oder viel traden wollen. Vielleicht Edelmetalle, vielleicht andere Luxusgüter. Was die Dinge für mich an sich haben, ist eine große Chance und eine große Gefahr. Die große Chance oder die beiden großen Chancen sind Rendite mit einer hohen Transparenz und eine hohe Flexibilität. Die große Gefahr, die sehe ich darin Verfügbarkeit, hohe Flexibilität. Du kommst leicht dran, zumindest bei zum Beispiel diesem klassischen Investment Sparen. Und das Thema, ja, du hast schneller mal eine Kursschwankung drin und weniger, wo du garantiert mitspielen kannst. Und deshalb ist es für mich was, wo ich sage, ja, wer ein gewisses Know-how hat, wer Lust und Zeit hat, für den ist insbesondere Investment Sparen, also wirklich Fonds, Direktaktien, also Direkt Einzelwerte, ETFs besparen, ETCs besparen, super. Ich würde es sowieso jedem empfehlen, aber ich würde es als Beimischung empfehlen zu einem Grundsockel, der aus der gesetzlichen Rente unvermeidbar ist und aus der Betriebsrente dafür sorgt, dass du alles an steuerlicher und staatlicher Förderung mitnimmst, was da machbar ist. Und das, was dann noch zur freien Verfügung steht, da packst du was von zur Seite. Und wie du das mixt, das hängt davon ab, A, wie groß ist dein Geldbeutel, B, wie ist deine Lebenssituation und C, wie ist dein persönliches Profil, das heißt, bist du mutig, bist du eher ängstlich, kannst du gut damit leben, wenn es auch mal an der Börse Bewegungen gibt oder bist du jemand, der sagt, um Gottes Willen, kann ich nie wieder schlafen. Und genau von dieser Entscheidung, gerade von dem letzten Punkt, hängt ganz zentral ab, wie nah oder wie viel von der Lücke dieser 50%, die dir da mal mindestens fehlen werden, kannst du schließen. Weil jemand, der sehr ängstlich, sehr konservativ und sehr vorsichtig ist, der wird mit eigenen Mitteln wahrscheinlich sich eher mal auf die 60 oder 70% zubewegen, jemand, der optimistischer und stärker an der Stelle ist. Natürlich auch jemand, der vielleicht einen größeren Geldbeutel hat, der kann auf die 80, 90 oder 100% gehen. Und das ist eigentlich schon die ganze Zauberei. Das heißt, mein Fazit, das, was ich dir mitgeben will, guck dir diese Wege alle an, fang so früh wie möglich an und wenn du schon ein bisschen älter bist, dann fang einfach jetzt an. Geh den Weg in der Kette, Betriebsrente, zusätzliches Investment, Kapital aufbauen und auch Spiel schaffen, dass du flexibel Vermögen an der Seite hast und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Da ich jetzt ganz, ganz viel über ETFs und BAV gesprochen habe, mein Tipp, schau dir mal das Video an, BAV versus ETF. Dann nimmst du auch noch ein bisschen was mit und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ich konnte dir helfen und wir sehen uns hier mal wieder.